Heute wollte ich versuchen, kurz zu erklären, wie ein wissenschaftliches Experiment beweist hat, dass die Neuronen in unserem Körper und in unserem Gehirn kommunizieren durch chemische Synapsen. Also, die Geschichte, die ich will erklären, kommt von John Eccles, ein Neurowissenschaftler, der in 1918 Jahren dieses erinnert hat, aber er erklärt darin, wie er seine Meinung verwechselt hat von der Idee, dass die Synapsen elektrischen kommunikationen benutzen zu der Idee, dass die Synapsen chemischen Übertragung, chemische Kommunikation benutzen. Also, in dieser Geschichte erklärt er seine Motivation. Er hat versucht, er hat angefangen zu versuchen, zu beweisen, dass die Synapsen nutzen elektrische Wir wissen, wir haben schon gewusst, in 1945, dass Neuronen, wenn sie aktiviert sind, haben ein wechseln, ihre Potenzial, ihre Voltage. Also, wenn man die Voltage eines Neurons beobachtet, man sieht, dass, wenn die Neuronen aktiviert sind, es gibt ein großes, positives Voltage, ein großer, positive Voltage verwechseln. Und wenn dieser Neuron ist verbindet mit einem anderen Neuron, dann das Voltage des Neurons könnte ein kleines, positives Verwechseln haben. Und das könnte sein, weil ein elektrisches Verbindnis dazwischen gibt, oder weil ein Chemiker kommt von das erste Neuron zu das dritte Neuron. Also, das könnte sein von Chemiker in Kommunikation oder der elektrischen Kommunikation. Aber, Eccles, also Eccles glaubte, dass die Kommunikation elektrische ist. Aber darin gibt es eine Herausforderung, eine Herausforderung, nämlich, es gibt kein befreitige Erklärung, wie Hemmern zwischen Neurons wirken kann. Es ist, es passiert, und wir haben seit fast 100 Jahren gewusst, dass dieses Neuron Nr. 1 kann aufhemmen eines anderen Neurons. Ein Andhund, ein anderen Neurons neurotischen Neurons. Das Voltage könnte auch negativ wechseln, das nennen wir die Himmel und die Leute wie Eccles, die an elektrische Kommunikation glaubten, müsste erklären, wie diese Himmel erreichen könnte. Und das war eine große Herausforderung. Beim Illustration, beim Demonstration dafür, ein Teil des Nervous Systems, woher die Himmel erfolgt, ist im Rückenmark, nämlich die Aktivierung des verbals Zoransreflexes, ist ein Teil des Nervous Systems, woher die Aktivierung eines Sensory Neurons erreicht, erfolgt. Aktivierung eines Neurons, aber auch erreicht Himmel ein anderes Neuron. Also das erfüllt, dass ein Muskel erkürzt und ein anderer erspannt. Und das erlaubt, dass ein Arm oder ein Bein oder was immer seine Position wächst. Also, und das haben wir also seit fast ein Jahrhundert gewusst. Also bei Eccles, die Herausforderung ist nämlich zu erklären, wie elektrische Kommunikation dieses erreichen kann. Und er hat eine komplizierte und innerlich falsche Idee gehabt, wie das sein könnte. Und ich selbst verstehe genau nicht alles, was in dieser Idee gibt, aber seine Idee war, dass es gibt vielleicht einen cyclischen Stromfluss und dieser cyclischen Stromfluss erfolgt, dass die Aktivierung eines Neurons durch ein zwitten Neuron und zum Ende eine, also eine Aktivierung hier, einen cyclischen Stromfluss hier und dann Hemmung hier in dieser Neuron. und er hat erwartet ein sehr spezifisches Ergebnis. Nämlich, dass wenn unsere Neuron Nummer eins, dieser hier, und unsere Neuron Nummer zwei, er hat nicht Neuron Nummer, also hier ist Nummer zwei, hier Nummer drei, er hat, er könnte Neuron Nummer zwei, Nummer drei beobachten. und er hat erwartet, dass wenn Neuron Nummer eins eine Aktivierung passt, dass in Neuron Nummer drei, das wir recorden, zuerst eine kleine Aktivierung und dann ein großes, dieses eine große Hemmung haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Und diese kleine Aufwartungsspennung vor der Aufwartungsspennung würde ein Beweis dafür oder ein Hinweis dafür, dass dieser cyclischen Stromfluss passiert und auch das eine Möglichkeit gibt, die Himmeln durch elektrische Synapsen passieren könnte. Aber er gab auch eine andere Möglichkeit, mögliche Ergebnis, nämlich dass keine kleine Aufwartungsspennung geben würde. Also in Neuron Nummer drei, wir beobachten nicht Neuron Nummer zwei, wir beobachten nur Neuron Nummer eins und Nummer drei. Und das andere Ergebnis ist, dass es keine Aufwartungsspennung geben würde. Und am 20. August 1951, ein historischer Tag, ein historischer Tag des Neuroscience, eines historischen Tag des Neurowissenschafts, er hat dieses versucht. Und was er beobachtet hat, ist hier, das ist unsere Neuron Nummer eins und hier, das ist unsere Neuron Nummer drei. Und es gab kein kleines, kein kleines Aufwartungspotenzial, nur die große Abwartungsspennung. Also, was er beobachtet hat, ist diese hier und hier gibt es ein anderes Experiment. Das ist unsere Kontroll, aber was wichtig ist, ist hier, er hat beobachtet genau das Gegenteil, von was er erwartet hat. Und wie ein Wissenschaftler so, er hat seine Meinung verändert. Und ab diesem Tag, ab diesem Tag, ab diesem Tag, glaubte er, dass die Himmel, dass die Himmel zwischendurch Chemiker ist. Und auch, wenn er müsste, wenn er müsste seine Meinung wechseln für die Himmel, bei der Himmel, hat er auch seine Meinung, bei der Himmel, bei der Himmel, bei der Himmel, bei der Himmel, bei der Himmel. Und ab diesem Tag, glaubte er, ab diesem Tag, glaubte er, dass alle Himmel zwischen Neuronen Chemiker, Chemiker ist. Also, ab dieser Tag glaubt er, dass alle Synapsen elektrische sind. Entschuldigung, chemische sind und kein elektrische Synapsen. Und jetzt wissen wir, dass das die große Majorität des Synapses ist. Es gibt in der Tat ein paar elektrische Synapsen ins Gehirn, aber nicht im Gehirn, aber nicht ihre davon. Und auch hat Eccles einen Nobelpreis bekommen. Und bei meinem Wissen ist das das einzige Mal, wenn ein Wissenschaftler einen Nobelpreis bekommen hat, mit einem Experiment, mit einem Experiment, mit einem Experiment, er seiner einige Idee ein paar Disproven ... 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